Willkommen zu Deutsch. Ja, bitte. Die Übersetzung auf Spanisch und auf Portugiesisch und viel mehr findest du in den Links. Nummer 35. Im Restaurant. Haben Sie schon auf? Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren. Kann ich die Speisekarte sehen? Haben Sie Kindergerichte? Ich bin Vegetarier. Zum Trinken möchte ich. Zum Essen möchte ich. Für mich das ist alles. Die Rechnung, bitte.